Sein Glück ist kein Geschenk, nur ein Darlehen. Wer sind Sie? Ich sehe Glück und hole es mir. Nur auf Sky, die zweite Staffel der Marvel Erfolgsserie. Glück hält nicht ewig. Wir werden eine Menge Spaß haben. Stan Lee's Lucky Man, ab 21. Juni, auf Sky One und auch auf Abruf. .